Anschluss, Nachspiel, Flanke, Eckball, Schuss und dann ein Tor! Oh, das weißen uns von Farben, viele Tore uns erzielen. Auch im Spiel wird voll getaten, wir wünschen uns ein faires Spiel. Leute, kommt zum Berg in Biber, hier ist immer etwas los. Wer die Kickers heute siegen, ist die Freude Riesenprost.